Ob während der Vereinigung mit dem Körper oder nach der Trennung von ihm, die Seele wird niemals von ihrem Peresprit getrennt. Es ist so, dass der Mensch weit davon entfernt ist, alle Naturgesetze zu kennen. Wenn er sie alle kennen würde, wäre er ein überlegener Geist. Schreckliche Dinge werden am einfachsten besser. Die einfachsten Dinge werden unangenehm, wenn ihre Ursachen unbekannt sind. Je höher der Mensch moralisch ist, desto mehr zieht er gute Geister an. Sprich zum Herzen, dort wirst du ernstere Bekehrungen machen. Weichen sie nicht von den normalen Bedingungen derselben Tatsachen ab, denn unter schlechten Bedingungen liefern sie Ungläubigen Argumente, anstatt sie zu überzeugen. Es sind nicht diejenigen, die ständig von Tugenden sprechen, die am meisten haben.